Du warst mein erster Geburtstag. Meine Oma hatte mir einen Kalender geschenkt, für jeden Monat ein langes Papierband mit Ziffern auf Zeilen. Oben ein Bild von einem Pferd, unten das Logo der Kreissparkasse. Der Mai war ein galoppierender Apfelschimmel, neben der Ziffer 15 war ein Halbmond und ich schrieb mit Wachsmalkreide, Tanja, du warst mein erster Geburtstag und als endlich der 15. Mai gekommen war, wurdest du auch das erste Geschenk, das ich von meinem Taschengeld gekauft habe. Die erste Geburtstagsparty, der erste Geburtstagskuchen und, als alle deine anderen Freundinnen wieder nach Hause gegangen waren, die allererste Übernachtung in einem anderen Haus. Wenn ich an die Grundschule zurückdenke, dann denke ich an dich. Du warst mein erstes Soft-Eis, ekelhaft. Mein erster Kinobesuch, magisch. Und mein erster Kuss, verwirrend. Du warst mein erster Kuss. Unsere Häuser standen nebeneinander und teilten eine Wand. Ihr wart die 14, wir die 16. An Samstagen übernachteten wir abwechselnd in deinem oder in meinem Zimmer. Wir kannten uns so gut, dass uns ein Bett und eine Decke und ein Kopfkissen genügten. Dein Vater hatte dein Zimmer mit phosphorisierenden Sternen ausgeklebt. Sie leuchteten noch zwei oder drei Stunden, nachdem du eingeschlafen warst. In meinem Zimmer hingen Pferdeposter. Es war nicht ich, die Pferde liebte. Es war meine Mutter. Du hattest mehr Freundinnen als ich, aber ich hoffte immer, dass ich das eine Mädchen war, mit dem du am liebsten deine Zeit verbrachtest. Eines Tages, wir flochten Blumengrenze aus Löwenzahn, sagte ich zu dir, wir sind wie Zwillinge. Wir sind nur aus Versehen von verschiedenen Müttern geboren worden. Und du antwortetest, aber wir können keine Zwillinge sein, du hast eine Brille und ich nicht. Du fragtest, wie du für mich aussiehst, wenn ich keine Brille trug und ich antwortete, als wärst du unter Wasser. Dann hast du sie mir abgenommen, selber auf die Nase gesetzt und gemeint, du würdest jetzt genau verstehen, was ich meinte. Du warst für mich da. Als wir so hoch auf den Ahorn geklettert waren, dass ich mich nicht mehr runtertraute, hast du Hilfe geholt. Der alte Herr Michel hat eine lange Leiter für seine Obstbäume und hat mich gerettet, aber du hast bei ihm geklingelt. Als ich mein Sonntagskleid zerrissen habe, weil wir durch das Loch im Maschendrahtzaun im Kirchgarten geschlüpft waren, hast du meiner Mama erklärt, dass ich einen Banküberfall hatte verhindern wollen. Wir haben damals viel von Freunde gelesen. Du warst die Erste, die für mich gelogen hat. Von den 18 Mädchen unserer Klasse gingen sechs aufs Gymnasium und wir sogar auf das Gleiche. Hähnchen halten sind wir gemeinsam in den Bus gestiegen, haben die Klassenlisten studiert und uns gefreut, dass wir beide nun in die 5c gehen würden. Nebeneinander sitzen konnten wir im Sprachlabor, im Zeichensaal und im Musikunterricht. Doch verbrachten wir jede Pause miteinander. In der siebten trennten sich unsere Wege. Du hattest Französisch gewählt? Natürlich. Und meine Eltern Latein? Natürlich. Neusprachler und Naturwissenschaftler unterscheiden mehr als nur die Wahl der zweiten Fremdsprache. Meine Klasse war anders als deine. Du wurdest anders. Deine Art, dich zu kleiden, veränderte sich und deine Freundin kannte ich nicht. Irgendwann verbrachten wir die Samstage nicht mehr im Haus der anderen und so verlor ich aus den Augen, in welche der Jungs du gerade verschossen warst, welche Poster statt der Klebesterne in deinem Zimmer hingen und mit wem du statt meiner deinen Liebeskummer teiltest. Eines Mittwochs, am Tag vor meinem Geburtstag, kam deine coole Gang in der Pause auf mich zugeschlendert und alle machten sich über Brillenschlange lustig. Ich hatte eine Heidenangst. Du hast in eine andere Richtung gestört. Wie schaut denn die Welt ohne Brille aus? hat Harry gesagt und sie mir von der Nase gerissen. Dann hat er sie aufgesetzt. Boah, alles unscharf, wie unter Wasser, meinte er. Mike hat mich zu Boden geschubst und ihr seid abgezogen. Mit meiner Brille. Ich habe sie danach in einem Papierkorb wiedergefunden. Die nächste Stunde hatte schon lange angefangen. Der Hausmeister hat mir ein Päckchen Tempo geschenkt, weil ich so geheult habe. Der Krause, kannst du dir das vorstellen? Als wir uns das nächste Mal im Gang begegneten, hast du nicht zurückgegrüßt, sondern nur gelächelt. Bald hast du mich komplett ignoriert. Ich sagte, hallo. Und du schwebtest regungslos an mir vorbei. Dreimal. Für Tanja war Brillenschlange Luft. Damals habe ich meiner Mutter alles erzählt, als sie fragte, wie es mir in der Schule so ging. Ich weiß nicht mehr, was sie antwortete, aber danach fühlte ich mich noch schlechter. Als wäre dein Verhalten meine Schuld. Du warst die Erste, die mir das Herz gebrochen hat. Ab der neunten Klasse verleuchte ich aus den Augen. Ab und zu kursierten bei uns wilde Harry-Geschichten, in denen Drogen, die Polizei oder Schusswaffen vorkamen. Das weibliche Pendant waren die Tanja-Geschichten, in denen es um Diebstahl, Rockstars und Abtreibungen ging. Ich glaubte weder die einen noch die anderen. Nach der zehnten Klasse warst du nicht mehr auf dem Gymnasium. Deine Mutter erklärte meiner Mutter, dass du mehr für das Handwerkliche bestimmt wärst und weniger für das Geistige. Ich weiß nicht mal, welche Lehre du gemacht hast, wann du zu Hause ausgezogen bist oder was seither mit dir überhaupt geschehen ist. Du warst die Erste, die ich vergessen habe. Gestern habe ich die 16 wieder besucht und meine Eltern. Der Ahorn ist viel kleiner, als ich das in Erinnerung hatte, obwohl 20 Jahre vergangen sind. Der Pfarrgarten wurde verkauft, dort stehen nun zwei Doppelhaushälften, deren Vorgärten aufgeschüttet sind mit schwarzen Steinen. In meinem Zimmer steht jetzt das Trimmrad, das nie benutzt wurde, das alte Keyboard aus der Zeit, als Mutter Klavierspiegel lernen wollte, und das leere Aquarium. Wir hatten niemals Fische. In der 14, deinem Haus, wohnt ein junges Paar. Sie kommt aus Newcastle und er aus Passau, sagt meine Mutter. Aber vielleicht weißt du das ja sogar. Sie hat mir auch erzählt, dass du gestorben bist. Im Mittelmeer von der Yacht eines berühmten Geschäftsmanns gefallen, sagt sie. Als man dich nach langer Suche gefunden habe, wärst du schon stundentot gewesen, sagt sie. Und sie sagt, die Arme, das war doch deine beste Freundin. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist nur eine Tanja-Geschichte. Genauso wahrscheinlich ist, du lebst irgendwo, hast Harry geheiratet und ihr habt Zwillinge, die euch an den Rand des Nervenzusammenbruchs treiben. Ich schreibe dir diese Zeilen, weil ich dich vergessen habe, ohne mich jemals verabschieden zu können. Ich weiß, dass du sie nie lesen wirst, so oder so. Du bist die erste meiner Freundinnen, die gestorben ist, Tanja. Vielleicht gestorben ist. Du hast in meinem Herz viel Platz beansprucht. Auf dem Album mit den Erinnerungen aus der Grundschule würde dein Name stehen, wenn ich eines hätte. Doch lass uns die andere Seite der Medaille nicht verdrängen, bloß, weil du vielleicht von einer Jacht gefallen bist. Du bist eine dämliche Gans, Tanja. Eine blöde Kuh, eine eingebildete Henne und ein dummes Schaf. Mehr Tierbeschimpfungen fallen mir nicht ein. In der Grundschule waren wir da geübter. Also, was will ich dir sagen zum Abschied? Was ist die Bilanz für die Ewigkeit? Was ist die Wahrheit, die sich in meinen Zeilen verbirgt? Die Wahrheit ist, Tanja. Die Wahrheit ist, du bist meine erste Liebe. Ich will, ich will. Ich will, du bist meine acht. Vielen Dank.